Was geht Leute? Ich bin's, euer Flushy Zockt und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart 8 Online. So, dann machen wir mal, ja, mit so einer Mute oder mit so einer F2-Strecke, ja, weiter und, ja, es ist ja endlich wieder Wochenende. Ja, ich bin so froh, Leute, dass das Praktikum ja, ja, würde ich sagen, dass ich endlich Feierabend hab und so und, aber ihr wird ja das Video ja am Samstag sehen, also heute, ja, und, ja, ich nehm halt schon voraus schon auf und, ja, so, also, ja, es ist, schon fast, also es ist schon 7 Uhr abends, kann man sagen und, ja, ich komm halt meistens immer spät nach Hause, ja, es ist aber eigentlich, ja, normal, wenn man nach der Arbeit wieder zu Hause ist und, ja, es ist halt so, so ist die Zeit. Ach, komm, komm, Alter, krieg ich hier keinen Streifen, bin ich so erbärmlich oder so, Alter, echt. Ach, Mann, guckt euch dieses Nuttenverhalten an, ey, das ist doch heftig. Echt, guckt euch das an, ey, ich hab so gute Chancen, ja, noch Zweiter zu werden und ich vermassle mir das echt, ey. Das ist, so dümmer geht's doch irgendwie. Okay, wer ist da vorne? Okay, so ein Shinigami oder ich weiß nicht. Okay, wer ist da gut anscheinend? Egal, das macht mir nichts aus. Ich hab halt ein bisschen Scheiße gebaut und, ja, egal. Aber trotzdem noch Zweiter geworden. Okay, dann bis gleich. So, dann geht es mal direkt weiter in so einer Partystrecke und, ja, Partystraße, ja. So, jetzt den Start nicht verkacken, wie sich das gehört. Und, ja, ich hab hier mal auf dem College-Blog mal ein Thema mal angeschrieben. Ja, das hab ich sonst nie gemacht. Und zwar, hab ich mir mal, ja, ich kann mir das ja noch, ja, im Kopf noch, wie soll ich sagen, ich hab mir das noch im Kopf gemerkt, ja, was für ein Thema. Und, ja, es geht, ja, wie soll ich sagen, ist ja schon, euch bestimmt schon bekannt, ja, dass die Nintendo Switch ja noch im nächsten Jahr noch rauskommt. Und, ja, ich hab mir mal seit heute, ja, den Kanal-Trailer angeguckt. Also, ich meinte, was labere ich da für den Dreck? Da will jemand dumm trollen, ey. Ist klar. Ja, wie soll ich sagen, ich hab mir den Trailer angeguckt. Ey, willst du mich verarschen? Ja, komm, natürlich gesnipet, ey, ja, ich werd so durchgereicht, natürlich. Und ich komm mir einfach nicht weiter zur Sache. Ja, ich geh mich hier dran hindern, ey, mit dem Platz, ey, kann ich ja auch nichts machen. Also, ja, mit der Nintendo Switch, ich fresse echt, ja, ich brauch halt ewig, um echt ein Thema hier wirklich zu schaffen, echt, das ist doch nicht normal. Ja, also, ich hab mir halt ein Trailer angeguckt und, ja, es ist natürlich echt eine coole Idee oder so und, ja, hätten die ja schon früh, früher auf die Idee kommen können. Aber, ja, also, es ist echt cool, dass man unterwegs auch zocken kann und, ja, dass man auch mal so mit Freunden mal, ja, Mario Kart mal zockt oder so. Und, ja, das ist halt so, wie soll ich sagen, so ein Hightech, so wirklich Hightech mäßig und, ja, ist eine coole Idee von denen, Japaner. Und, ja, ich find, ich find den Kanal, ich find den Trailer schon wirklich gelungen, muss ich sagen. Und, WTF, alter, der Blush hat sich noch da eingemischt, aber ich war ja noch, heh, schnell ins Ziel gefahren, ey. Also, ja, läuft bei mir, Leute. Und, ja, ich weiß nicht, Leute, ob ich mir die Nintendo Switch noch holen werd, also, am März, ja, 2017. Kommt ihr raus und, ja, bis gleich. So, Leute, dann widmen wir uns mal mit der letzten Strecke und, ja. Zum Glück keine Käse-Strecke oder so. Ja, egal. So, okay. Ja, wie soll ich sagen? Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich weiß nicht, also, ich hab sonst eigentlich kein anderes Thema, was ich sonst ansprechen könnte. Und, ja, obwohl, ich glaub doch, doch, ähm, ja, und zwar geht es ja noch, ja, ich hab ja noch im Kopf, dass ich, ja, mit New Super Mario Bros, wie soll ich sagen? Dass ich das Projekt noch pausieren werd und, ja, dass es noch halt, ja, dauert, bis es wieder, ja, weiter geht. Und, ja, Leute, tut mir leid, aber ich hab keinen Bock, die CD jetzt, also, ja, das ist jetzt aber wirklich, natürlich, Faulheit. Und, ja, warum ich, warum ich nicht was dagegen tue, ne, so, ich hab mir eine CD und, ja. Ja, ich bin jetzt wirklich nicht gut so beim Commentary, Leute, weil, weil ich mich hier konzentrieren will, verdammt, Leute. Ich möchte mal weiter die Punkte sammeln und, also, wirklich, keinen Verlust halt, ne, wisst ihr? Und, ja, verdammte Axt. Umso schlecht. Ja. Ist doch klar, ey. Ja, natürlich. Och, komm, diese Fotze. Ach, Mann, ey, jetzt bin ich, jetzt bin ich sauer, jetzt bin ich sauer, ey, jetzt ist es wirklich Ende im Gelände, verdammt. Was soll ich denn machen, Leute? Echt, ich bin, guck mal, wie gut die sind, meine Frisse, echt, ich spiel gar nicht... Ey, das kotzt mich an, ey, Leute. Tut mir leid, dass ich jetzt so angepisst bin, aber... Ganz ehrlich, das lass ich mir nicht gefallen, ey. Ja, guckt euch das an, wie dieses Nuttenverhalten, echt, das regt mich so auf, grad. Verdammte Scheiße, echt. Ja, genau. Ja, was soll ich denn mit einem Pilz, Alter? Ja, fick dein Leben. Weißt du was, jetzt, jetzt ist wirklich... Ach, Mann, das kotzt mich an, Leute. Guckt euch das an, ey, komm, ich bin scheiße, wie ein Huren so. Ja, hola. Ne, la, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Vielen Dank.